Bahnsteig 5 Bahnsteig 5 Euronight 466 Wiener Walzer von Budapest nach Zürich fährt ein Bitte Vorsicht Euronight 466 Wiener Walzer von Budapest zu Zürich ist jetzt gekommen Stand clear Bahnsteig 1 S-Bahn von Kufstein fährt ein Dieser Zug wendet und wird Regionalexpress nach Innsbruck Hauptbahnhof Planerpfad 7 Uhr 31 Bahnsteig 4 Regionalexpress von Steinach Irdning fährt ein Bahnsteig 5 Regionalexpress nach Obertrandachsteinhöhlen fährt ein Bahnsteig 4 S2 nach Frankenmarkt fährt ein Bahnsteig 1 Schnellzug 735 nach Lienz fährt ein Plattform 1 Rapid Train 735 to Lienz is now arriving Bahnsteig 13 Regionalzug Dirndtaler nach Marietzell fährt ab Bitte einsteigen und Türen schliessen zum Intercity Express 28 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof Planabfahr 10 Uhr 17 der Zug fährt mit geänderter Wagenreihung die erste Klasse befindet sich im Sektor C Information for passengers Travelling on Intercity Express 28 to Frankfurt am Main Hauptbahnhof Schedule Departure 1017 The coaches are operated in a changed composition The first class is in Sektion C Bahnsteig 12 Regionalzug von Steierling fährt ein Bahnsteig 5 S3 nach Salfelden fährt ein Dieser Zug wird in Bischofshofen geteilt Der vordere Teil verkehrt nach Salfelden Der hintere nach Radstadt 503 to Graz Hauptbahnhof is now leaving The first class is in the reception of the train Bahnsteig 2AB Regional Express nach Lindau Hauptbahnhof fährt ein Bahnsteig 3 Regionalzug nach Vöcklerbruck fährt ein Bahnsteig 3 Bahnsteig 1 Regionalexpress nach Baunahm fährt ein Regionalexpress nach Obertrauen Kopenbrüllerhöhle fährt ein Achtung Bahnsteig 2 Schnellzug 969 von München fährt ein Die erste Klasse befindet sich im vorderen Zugteil Bitte Vorsicht Attention Platform 2 Rapid Train 969 von München is now arriving The first class is in the front section of the train Stand clear Bahnsteig 1 Schnellzug 100 nach Moskwa Planerfahrt 16.34 ist Bahnsteig 1 bereitgestellt Platform 1 Rapid Train 100 to Moskwa Belarubskaya Schedule Departure 16 34 4 is provided at Platform 1 Steig 2 ÖBB Intercity 944 nach Salzburg Hauptbahnhof fährt ein Dieser Zug wird ins Linz Hauptbahnhof geteilt Der vordere Zugteil Verkehrt nach Salzburg Hauptbahnhof Der hintere Zugteil Euronight 237 Vienna Venezia Express Verkehrt nach Venezia Santa Lucia Aufgrund einer Streckensperre wird Euronight 237 Vienna Venezia Express mit der planmäßigen Abfahrt um 22.50 Uhr zwischen Linz Hauptbahnhof und Villach Hauptbahnhof ohne fahrplanmäßige Halte umgeleitet Wir bitten um Ihr Verständnis Platform 2 ÖBB Intercity 944 zu Salzburg Hauptbahnhof ist jetzt gekommen Dieser Train wird in Linz Hauptbahnhof Die frontsektion des Train wird in Salzburg Hauptbahnhof Die rearsektion des Train Euronight 237 Vienna Venezia Express wird in Venezia Santa Lucia Due zu einem Routen der Euronight 237 Vienna Venezia Express with schedule departure at 22.50 Uhr will be rerouted between Linz Hauptbahnhof and Villach Hauptbahnhof and the schedule stops will be cancelled We apologize for any inconvenience Bahnsteig 8 Regionalzug von Hermagor fährt ein Bahnsteig 1A Regionalixpreis von Wien Südbahnhof Ostbahn fährt ein Bahnsteig 4S2 nach Adnang Buchheim fährt ein Bahnsteig 2DF Regionalexpress von Lilienfeld fährt ein Bahnsteig 4 Euronight 499 nach Zagreb und Venezia Santa Lucia über Ljubljana fährt ein dieser Zug wird im Bahnhof Villach Hauptbahnhof geteilt der vordere Zugteil verkehrt nach Zagreb der hintere Teil nach Venezia Santa Lucia Platform 4 Euronight 499 zu Zagreb und Venezia Santa Lucia via Ljubljana this train this train will be divided at Villach Hauptbahnhof the front section leads to Zagreb the rear section to Venezia Santa Lucia is now arriving the first class and the dining car are in the rear section of the train stand clear Bahnsteig 4 Regionalzug nach Malnitz Oberfellach fährt ein Bahnsteig 2 Regionalzug nach Neuhaus Niederwaldkirchen fährt ab Bahnsteig 5 S-Bahn nach Wien-Westbahnhof fährt ein dieser Zug wird als Kurzzug geführt Bahnsteig 3 Intercity 899 nach Salzburg Hauptbahnhof fährt ab Platform 3 Intercity 899 to Salzburg Hauptbahnhof is now leaving 07 nach Venezia Santa Lucia Planabfahrt 22.50 ist Bahnsteig 2 bereitgestellt Dieser Zug ist der umgeleitete Euronite 236 Euronite 1107 to Venezia Santa Lucia Schedule Departure 22.50 is provided at Platform 2 This train is the rerouted Euronite 236 Bahnsteig 1 Schnellzug 15464 nach Feldkirch fährt ein Platform 1 Rapid Train 15464 to Feldkirch is now arriving Bahnsteig 2A AuroCity 31216 nach Saarbrücken fährt ab Bahnsteig 5 Sonder Intercity 3862 nach Landek Zams fährt ein Dies ist der Ersatzzug für ÖBB Intercity 862 Die Kurswagen nach Steinach Erdning befinden sich im hinteren Zugteil Die erste Klasse befindet sich im mittleren Zugteil Bahnsteig 6 Die nächsten Reisemöglichkeiten sind All Night 4 62 nach München Hauptbahnhof Planerfahrt 0.10 Bahnsteig 4 Regionalexpress nach Amstetten Planerfahrt 0.13 Bahnsteig 3 S-Bahn nach Wien Heiligenstadt Planerfahrt 0.14 Bahnsteig 11 Regionalexpress nach Wien Westbahnhof Planerfahrt 0.20 Bahnsteig 5 S-Bahn nach Hofstadt Planerfahrt 0.22 Bahnsteig 1 Bahnsteig 3 S-Bahn nach Thulnerbach Pressbaum fährt ein Dieser Zug wird als Kurzzug geführt Bahnsteig 21 Regionalzug nach Vels fährt ab Bahnsteig 2 Regionalzug nach Arzmann Puchheim fährt ein Bahnsteig 2 Pinsgauer Lokalbahn nach Piesendorf Bad fährt ab Bahnsteig 1 EuroNight 1237 nach Roma di Portina über Venezia Mestre fährt ein Plattform 1 EuroNight 1237 Turma di Portina via Venezia Mestre ist now arriving Bahnsteig 1 EuroCity 164 nach Zürich Hauptbahnhof fährt ein Der Zug ändert in Selztal seine Fahrtrichtung Die erste Klasse befindet sich im Sektor B Achtung Bahnsteig 5 ÖBB Intercity 551 von Wien-Mail-Ling nach Graz Hauptbahnhof fährt ein Die erste Klasse befindet sich im vorderen Zugteil Bitte Vorsicht Intercity 313 nach Ljubljana mit der Planabfahrt um 10.52 ist Bahnsteig 8 bereitgestellt Nächster Halt Jesenitze Die erste Klasse befindet sich im vorderen Zugteil Intercity 313 zu Ljubljana Scheduled Departure at 10.52 ist provided at Platform 8 Next Stop Jesenitze The first class is in the front section of the train Bahnsteig 3 Regionalzug nach Kammerschärfling fährt ab Bahnsteig 3 Intercity 829 von Adnang-Puchheim fährt ein Plattform 3 Intercity 829 von Adnang-Puchheim is now arriving Bahnsteig 4 Regionalzug von Aschachander Donau fährt ein Bahnsteig 21 Regionalzug nach Stiefen fährt ab Bahnsteig 3 Eurocity 31 113 nach Klagenfurt und Zagreb fährt ein Dieser Zug wird im Bahnhof Filler Hauptbahnhof geteilt Der vordere Zugteil verkehrt nach Klagenfurt Der hintere Teil nach Zagreb Die erste Klasse befindet sich im mittleren Zugteil Platform 3 Eurocity 3113 to Klagenfurt in Zagreb is now arriving This train will be divided at Filler Hauptbahnhof The front part of the train leads to Klagenfurt the rear part to Zagreb The first class is in the middle section of the train Bahnsteig 12 Dampfzug 33 98 nach Krimel fährt ab Bahnsteig 3 Eurocity 193 nach München Hauptbahnhof fährt ein Die erste Klasse und der Speisewagen befinden sich im hinteren Zugteil Platform 3 Eurocity 193 to München Hauptbahnhof is now arriving The first class and the dining car are in the rear section of the train Bahnsteig 2 Euronight 246 Landesausstellung Bayern und Österreich 2012 nach Bregenz fährt ein Platform 2 Euronight 246 Landesausstellung Bayern und Österreich 2012 to Bregenz is now arriving Achtung Bahnsteig 5 ÖBB Eurocity 662 Urlaub am Bauernhof von Wien-Westbahnhof nach Bregenz fährt ein Die erste Klasse und der Speisewagen befinden sich im hinteren Zugteil Bitte Vorsicht Attention Platform 5 ÖBB Eurocity 662 Urlaub am Bauernhof von Wien-Westbahnhof to Bregenz is now arriving The first class and the dining car are in the rear section of the train Stand clear Achtung Bahnsteig 3 ÖBB Intercity 866 Urlaub in Österreich von Wien-Westbahnhof nach Landek-Zams fährt ein Die erste Klasse befindet sich im hinteren Zugteil Bitte Vorsicht Attention Platform 3 ÖBB Intercity 866 Urlaub in Österreich von Wien-Westbahnhof to Landek-Zams is now arriving The first class is in the rear section of the train Stand clear Bahnsteig 5 Euronite 1266 nach Zürich Hauptbahnhof fährt ein Dieser Zug ist Ersatzzug für Euronite 466 Platform 5 Euronite 1266 to Zürich Hauptbahnhof is now arriving This train is a replacement for Euronite 466 Bahnsteig 1 Intercity 610 nach Salzburg Hauptbahnhof fährt ein Dieser Zug wird im Bahnhof Selztal geteilt Der Zugteil in den Sektoren C bis E verkehrt nach Salzburg Hauptbahnhof Der Zugteil in den Sektoren B bis C nach Linz Hauptbahnhof Die erste Klasse im Zugteil nach Salzburg Hauptbahnhof befindet sich im Sektor C Die erste Klasse im Zugteil nach Linz Hauptbahnhof befindet sich im Sektor B Achtung Bahnsteig 3 ÖBB Eurocity 591 von Villach nach Salzburg fährt ein Bitte Vorsicht Attention Platform 3 ÖBB Eurocity 591 von Villach zu Salzburg is now arriving Stand clear Bahnsteig 1 Railjet 660 von Wien Westbahnhof fährt ein Zug fährt ein und endet hier Bitte nicht einsteigen Platform 1 Railjet 660 von Wien Westbahnhof is now arriving Train is arriving Service stops in this station Please do not board hohen zurück Ich will jetzt ein ist fürsend